um hey Leute und herzlich willkommen zu einem weihnachtsspecial ja also hier nix weihnachtliches aber egal also ich bin hier Harry Potter und der Halblutprinz also es ist kein richtiges Setplay so ne ich fange einfach und spiele einfach mittendrin weiter und äh ja also der Sound könnte etwas kacke sein weil ich sitze hier gerade so in meinem Sessel ne und das Mikrofon steht etwas komisch aber das müsste eigentlich funktionieren und äh ja machen wir mal fortfahren und äh ich würde sagen während diese Penner da dann reden bin ich einfach ruhig und hat die Klappe und ja also wie gesagt hier nichts weihnachtliches aber pfff dat is mir scheißegal ja auch nur was ok und ich weiß nicht ob sie so gut zum Kleid passen nein nein du siehst ok aus ich bin froh dass du da bist Professor Slughorn hat mich gebeten dieses Feuerwerk anzuzünden um seine Party anzukündigen aber ich weiß nicht so genau was ich machen muss wir müssen einfach incendio auf die Zündschnüre wirken Ok, jetzt ist hier gerade mein Control irgendwie rausgegangen, ja blablabla, Steuerungskonfiguration, Mitte, Mitte Pad, ok, dann machen wir hier, ne, ist schon niedrig, ach egal, hoffentlich geht das so einigermaßen, ok, wenn wir wirken, ok, sieht doch schon besser aus, ist vor mir. Ich habe nämlich schon mal ein paar mal die Aufnahme gestartet, aber es leckt einfach so hart, ja, es geht einigermaßen, aber sorry, dass es so leckt, ne, also, ich muss mir gleich mal ein bisschen da kommen, ja, mach es halt an, ach so, ja, übrigens, ich spiele ja mit dem Hedgefaktor, ne, so, das quietsche nicht, wo eine Pisser bin, ja, aber es geht schon besser als beim letzten Mal, also, ich habe jetzt bei der Aufnahme die Qualität nicht so hochgestellt und unsere 720p, wie immer, aber, naja, oh, ein Hauptwärtswaffen, danke schön, hier ist noch eins, komm, zünden wir es an, die Frage, dass ein Feuerwerk mich für immer anhält, ich schätze, das ist so wie mit allem, was man gern hat, es macht posch, und ist schön, und dann ist es auch schon wieder vorbei, die Party heute Abend. also, also, ja, ja, vieh-jeh-jeh, also, also, ja, 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 wir müssen hier mit Luna Also ich stelle hier erstmal den Sound leise, ey. Ist ja total laut. Wolle ich wahrscheinlich nicht auf mich gehören. Ja und also, wir müssten jetzt hier die Zeuge anzünden und dann jetzt ziehen wir hier zu Slug-Horn's Party gehen. Und ich ruf mal Nick, weil ich nicht weiß was ist. Hey, welches Feuer, ey? Hey, wo denn? Ist ja noch eins oder was? Ne, cool. Ach, da oben. Ja, halt. Was ist die? Ja, lauf halt. So. Tut mir echt leid, dass du leckst. Ich kann doch nicht ändern. Es ist noch eins. Komm, zücken wir es an. Ja, sehr schön. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunicht gut bin. Ah, endlich mal alle Gebiete frei, ey. Ach ne, oh man. Unheil angerichtet. Diesen Teil des Schlosses haben die Auroren wieder geöffnet. Komm, lass uns zu Slug-Horns Party gehen. Oh, okay. Oh, da ist ein Baum. Oh, da ist ein Baum. Oh, da ist ein Baum. Meins. Hallo. Guck, du. Oh, da ist ein Baum. Oh. Oh, das ist doch etwas sehr. Oh, das ist schade. Hm, na. Ich guck da mal rein, ob ich das irgendwie besser machen kann. Ich hab halt jetzt die Qualität schon nur noch auf 80, nicht auf 99. Und dadurch wird das Bild halt sehr gut. Und ich will es eigentlich nicht noch tiefer schauen. Das wäre ein bisschen beschissen. Ja, aber... Jetzt geh halt scheiß Lina. Ah, jetzt geht's wieder einigermaßen normal. Wahrscheinlich wegen diesem Feuerwehrzeug da war es nicht so gut. Ah ja. Ach stimmt, das Lacon ist ja im Keller. Ah, finde ich gut. Jetzt kann ich ja endlich auch dieses Wappen da holen. Das fühle ich gut. So, da hinten liegt es. Bist du jetzt bereit zur Party zu gehen? Halt es nur. Ich will jetzt das Wappen. So, schnell kaputt machen. Jetzt geh halt endlich kaputt... Kaputt... So, okay. So, das kommt her. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hallo. Pariert euch halt. Oh, 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 oh. Und zu hinten. Ja, finde ich gut. Geschirkt? Hm, okay, jetzt ist der unten offen. Früher war er nicht gespürt. So, dann gehen wir mal runter, ne? Ah, ich bin jetzt nicht. Warum muss man hier durch so einen hässlichen Tunnel zu Slughorn gehen? Ist ja scheiße. Da kommen wir in so einem letzten Park hier rein. Oh, einfach nicht. Finde ich gut. Und hier noch einen Stein rum? Da können wir das da einfach zu übernehmen. Bist du jetzt bereit zur Party zu gehen? Halt's Maul! Gibt es irgendwo was rum, dass wir das rausmachen können? In diesem Teil des Schlosses bin ich bisher nur in meinen Träumen gewesen. Ich bin Schlafwandlerin, weißt du? Ich bin Schlafwandlerin, weißt du? Ich bin Schlafwandlerin, weißt du? Besser trage ich auch immer Schuhe im Bett. Toll. Hm, nach dem Lachen. Oh, hier muss noch eins. Oh Gott. Bist du jetzt bereit zur Party zu gehen? Halt die Fresse, Pottkuh. Ich bin dann bereit zur Party gehen, wenn ich bitte zu gehen, wenn ich bereit bin. Harry, mein Junge, wie schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie, hier sind so viele Leute, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Professor Slughorn, es ist niemand hier. Natürlich nicht. Und zum Glück nicht. Es bleibt noch so viel zu tun. Und genau da käme mir ein wenig Hilfe gelegen. Ich bin sicher, dass Sie und Mr. Laufgut. Den Raum in Nullkomman nicht zur Vordermann gebracht haben. Jetzt soll ich auch noch für den Sposten hier arbeiten oder was? Der lädt mich zu seiner Party an oder muss ich... Boah. Jetzt muss ich auch noch für den Punsch rühren. Ja, hallo. Ich rühre doch den Punsch. Jetzt werde ich hier eingeladen. Ich muss einfach bei seiner Party alles selber machen. Oh. Alter, so ein Spaß. Jetzt muss ich hier seinen Punsch braun, ey. Ich kann es aber fähig selber machen. Boah, ey. Ich mag das Spiel eigentlich schon, aber außer dieses beschissene Zaubertrag. Ja, schmeiß die Flasche halt gleich da rein, ey. So. So. Ich höre, dass das blau wird. So. Ich habe den Platzstuhl-Scheiden rein. Ja. Ich habe nicht den ganzen Tag geschossen. So. Äh. 6, 7, 8. Oh, nö. Jetzt muss ich das erst schütteln. Ich hasse schütteln. So. Ne, da muss ich mehr schütteln. Ne, da muss ich nicht mehr schütteln. Ist die Flasche einfach explodiert? Lass mich hier nicht verarschen. No. Kriege ich mal eine neue. Na, mach bitte. Piss dich, Slakon. Piss dich, Slakon. Oh. Oh. wieder verloren. Ah, mein Kack hier. Ich würde sagen, wenn ich den Punkt hier fertig habe, dann beendet ich auf die Folge mal. Jetzt sind... Mach die Kack halt da rein! Nicht daneben! Ich habe ein Saft. Alter, wie viel kommt denn da noch? Irrtbieren. Hallo? Was ist das denn für eine Kacke jetzt? Schweine! Mist! So, jetzt noch so gut. So, jetzt noch so gut. Jetzt muss ich den Kack hier wieder schütteln. So, jetzt schnell rein, bevor es aufhört zu spielen. So, da ist noch eine Unruhe. Und da ist der Verscheißen-Scheiß fertig. Hallo? Danke. Und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder bei irgendeinem Video, wenn ich mal wieder eins mache. Und, äh, ja, ne? Frohe Weihnachten, ihr Penner. Hoffentlich kriegt ihr schöne Geschenke und so. Bla, bla, bla. Tschüss! Na, tschüss.